Ja und guten Morgen Montag, ich bin wieder hier im Studio, aber es geht auch dann gleich los, wieder nach Stuttgart zur Probe, Tag Nummer 2. Jetzt muss ich auch gar nicht mal so viel mitnehmen, eigentlich nur meine In-Ears, habe ich gerade im anderen Zimmer liegen, die hatte ich mitgenommen und sonst ist alles schon dort. Deswegen gibt es jetzt Frühstück und dann fahre ich zur Probe. Ja und guten Morgen, ich bin wieder hier im Studio, jetzt haben wir es schon Mittwoch. Gestern habe ich jetzt schon hier angefangen an meinem Vlog hier zu schneiden, da habe ich jetzt gestern schon hier das Color Grading gemacht. Da werde ich jetzt dann im Laufe des Tages dann hier noch das hier alles dann vernünftig zusammenschneiden. Dann geht jetzt bald dann die Schulbier los, das heißt ich fange bald wieder dann das Unterrichten an. Das heißt dann diese oder nächste Woche werde ich dann die Schülereinteilung vornehmen. Und dann werde ich heute auch gleich noch ein paar neue Stücke dann für meine Schüler suchen. Dann muss ich natürlich auch noch an meiner neuen Produktion weiterarbeiten. Mal sehen, vielleicht komme ich da dann am Wochenende dazu. Da geht es jetzt dann vor allem dann um die Feinarbeit. Deine Arbeit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.